Ich alarmiere euch auch gleich hier. So, einmal hier den hier. Wir geben hier einfach mal rein in Deckung. Und hier bleiben wir jetzt. Okay, jede Menge Gegner hier. Viel zu viele. Ist das eine Muni für mich? Ja. Weg. Weg. Alle weg hier. Ich mag euch nicht. Nicht, weil ihr koreaner seid. Sondern, weil ihr mich tötet. Ops. Ich bin I gone. Yes. Ist cool. Jedenfalls cool. Wenn die nicht so verziehen würden. Naja, das tut ja fast jede Woche. Nein, aber geht einfach nicht. So. Der down. Der hier muss down. Mal kurz hier in die Ecke, damit ich hier... Alter. weiter. Ups. Das war wieder eine Granate. Hallöchen. Hallo, 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 hallo. Weg. Mit einem Scheiß-Schrotenwehr, ey. So. Jetzt aber hier in Deckung. Da, was macht er denn? Was macht er denn? Er schießt einfach. Ich habe nicht die Maustaste gedrückt. So. Können wir weiter. So. Du gehst nicht an das Gewehr. Du bleibst nicht am Leben. Und du hockst dich da nicht hin. Hinlegen ist okay. Aber nicht hinhocken. Mitnehmen. Nicht gegen den Schrotpunkt, sondern gegen den Mini-Dienst hier austauschen. Vorübergehend. Hallo. Hallo. Yeah. Und weg mich hier. Nein, verdammt wie... Barreker. Oh. Mini-Postole. Die Maschinencistole. Mini-Postole. Da wir sonst noch im Inneren stehen. So. Mitnehmen. Mitnehmen. Ich will gar nichts anderes gegen das andere austauschen. Das hier. So. Pistole mitnehmen. Klappt schon. Geh mal weg hier. Achtung Baum fällt. So. So weiter hier gucken. Gucken wir nicht, aber das. Wow, wo schießen sie denn von überall hier? Ey, das geht doch nicht. So, hier haben wir auch wieder. Hallo. Hallo. Komm mal her, hier. Ich habe hier so was von auf die Füße geschossen. Ja, du solltest eigentlich tot sein. So. Achso, keine Mutti. Moment, Moment. Waffe wechseln. So, jetzt. Jetzt kann ich auch mitspielen. Ich kann mitspielen. Ups. Schrottplinte. 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 Hallo. Am Computer schießt man nicht. Das lernt man schon in der Schule. Meine Güte. Hier. Ach du Kacke. Überall sind viele Gegner. Nicht kriegst Landspielen. Weg hier. Zurück. So. Mitnehmen hier die Muni. Du hast Muni. Du hast auch Muni, habe ich gehört. So. Und du. Zeig dich mal. Wieso habe ich eigentlich kein Snipergewehr mehr? Äh. Sniper. Visier. Bogen drauf. Ich habe dich gesehen. Kann ich sehen. Guck mal, ich kann dich sehen. So. Ich habe dich gesehen. So. Moment. Äh. Irgendwann ist doch das Falsche, ne? Ach ne. Ist das richtig? So. So viel dazu. So. Haben wir jetzt ordentlich Muni verballert. Haben wir jetzt ordentlich Muni verballert. Aber der. Osten Posten hier ist mein, ne? Meiner. Ist mein, 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 mein. Gibt hier bestimmt nur noch ganz wenige Gegner. Und das ist gut. Guck hier nochmal eben, ob hier noch irgendwas Tolles am Muni rumliegt. Hier ist nur eine Sprutplante. Na ja, die Muni verbraucht hier schon ziemlich schnell, wenn man nicht zielen kann, ne? So, hier haben wir nochmal Schlafräume. Und ein bisschen Muni. Und hier müssen wir jetzt anscheinend rein. Für die Information. Die Download. So, was haben wir denn hier Schönes? Download abgeschlossen. Ich hab alles, Nomad. Gute Arbeit. Wie es aussieht, konzentriert der Feind seine Truppen an diesem Werk. Das erleichtert uns die Planung des Anhalts. Außerdem haben wir die Position der Ausgrabungsstätte lokalisiert. Sie müssten die Koordinaten auf Ihrem PDA sehen. Und zwar jetzt. Schnappen Sie sich ein Fahrzeug und bleiben Sie auf der Straße. Okay, ich soll auf der Straße bleiben, damit ich es möglichst schwer habe, ja? Ich verstehe. Okay, da muss ich hin. Auf der Straße sollte ich bleiben, gut. Wofür denke ich mir die Straße überhaupt lang, bzw. wo ist hier die Straße? Das eine hier ist bestimmt der Fluss, ne? Egal. Ich geh einfach mal über die Brücke. Ja, da ist der Fluss. Mal gucken. Wahrscheinlich mal ziehe ich den Weg und nicht die Straße. Also. Kontrollpunkt erreicht. Yay. Hallöchen. Weg. 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 Alter, ich muss nachladen, weil ich jetzt eingetötet habe. So. Geht doch. Geht doch. Und du? Hast du überhaupt auf mich geschossen? Hast du eine Waffe dabei? Ja, du hast Waffe dabei. Sehr schön. So, weiter ins Verderben hier. Höchstelle Felswand. Sie gar nicht unnatürlich. Nein. Nur gering wirklich. So. So, 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 so. Was haben wir denn hier schon wieder so einen kleinen Vorposten? So. 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 aktiviert gucken wir uns hier mal ein bisschen genauer um wir müssen auto in betrieb und nicht dass das hühnchen mich jetzt verrät so dass hier so vielleicht mal ausschalten da ich treffe das ding nicht ist es denn der wahrheit jetzt habe ich zwar die aufmerksamkeit auf mich gezogen aber noch gar so liegt hier eine schrotflinte war ich hier denn schon mal ich glaube nicht dass ich hier schon mal war egal wir gehen jetzt einfach mal weiter oder ist es das wo wir den stör sender ausgeschaltet haben ich weiß es gerade halt gar nicht weil ich nicht aber naja ich glaube das kann uns inzwischen auch egal sein hauptsache ist dass wir zur ausgrabungsstätte gelangen können wo geht es denn da lang ich glaube wir müssen da ein stück zurück ich glaube das ist das wo wir den stör sender ausgeschaltet haben also hier ist die brücke die uns über den fluss führt dann muss hier das lager sein dann muss hier irgendwas anderes sein und hier geht es dann zum ausgrabungsstätte ok es gibt auch keine verbindung von hier nach da das heißt wir müssen zurück ok gut zu wissen dass wir jetzt falsch gelaufen sind naja passiert wir können ja jetzt auch mal ein bisschen sprinten jetzt ist ja hier niemand in der nähe da könnte man das ruhig mal machen vorsicht kuh ok für das nächste mal nimm quasi auch auf die kuh auf und energie ist voll sprinten ja das bringt ja jede menge ok weiter und weiter und ja der macht eigentlich okay ok wow so wir müssen jetzt hier links lang irgendwie über diese barrikaden da ich weiß nur noch nicht wie das ist mal problematisch ne wenn man das spiel nicht kennt kann ich hier durch wow es sind da alter das sehe ich ja jetzt erst jede menge viele gegner maximale Panzer weg hier benutze ich mal das ne wow ich mache hier mal das was ich auch immer mit mir mache die ist natürlich überwitzt natürlich ok und ich habe kaum noch in dem die haben wir weg kommen sie hier irgendwie durch uns auf diesen weg vielleicht das sieht gar nicht schlecht aus immer dahin gehen wo die gegner herkommen nicht mehr zweifel 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 ok ok blücheln weg 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 ich dachte nicht hinziehen ins gebüsch was vielleicht jetzt mal was falsch ist was wenn ihr das rüber hängt wie ein frosche oder so was ehm mitnehmen Das kann ein Gegner mir anscheinend, aber das ist auch wieder ein Plantagen-Gedöns, was auch immer die da anbauen versuchen. Die Plantage? Na gut, die müssen ja auch was essen, ne? Wo wird geballert? Ich sehe ja nicht mal die Schüsse. Ich höre sie. Da hinten, der vielleicht? Moment. Und... Lauf damit nicht weg, du verdammter Arsch, ey. Meine Güte. Ach, nein, auch noch Alarmgeschütz, okay. Nein, Alarmgeschütz. Ich riegiere ja so gerne. Oh, shit. Ich hab die Alarm ausgemüßt. Ah, ich will hier doch einfach nur rüber. Nicht in das Haus. Geht doch. So. Hier habe ich wieder Maschinenpistole. So schön. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. So. Paketenwerfer. Ich glaube, ich hab ja noch einen, ne? Ja, ich hab noch einen. Dann ist das natürlich gut. Mitnehmen. Mitnehmen. Und mitnehmen. Ich bin auf jeden Fall wieder ein bisschen vollgeladen. Hallöchen. Wo bist du? Wir stellen hier alle das Haus. Alle, 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 alle. Alle. Weg hier. Meine Güte. Boah. Das war anscheinend keine unbedingt gute Idee, hier reinzugehen. Obwohl vielleicht auch schon, wenn ich hier einen nach dem anderen mutschen kann. Boah. Buh. Ich bin einiger T propulsion. Da kann karte da nichtkeisig.